Bitcoin pumpt auf über 24.000 Dollar. Wir haben das predicted. Ja, was ist jetzt zu tun? Bis wohin wird Bitcoin gehen? Das jetzt einmal in dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Crypto News. Ich möchte jetzt einmal mit dir in eine neue Marktprognose einfach reingehen und dir mal ein bisschen transparent natürlich ein bisschen Einblick hinter meinen Schultern auch geben. Ja, also das heißt, du bist jetzt hier hinter mir und ich möchte dir hier ein paar Sachen auch erstmal zeigen, was für dich vielleicht auch nochmal ein bisschen relevanter ist im Sektor vom Trading. Ich habe jetzt nämlich gerade schon eine neue Folge auch aufgenommen für unsere Schüler intern, dass sie den aktuellen Stand haben. Das Ganze geht auch genau jetzt direkt auch online und dieses Video, was du jetzt hier einmal siehst, das siehst du natürlich um einiges später und ist explizit natürlich nur für dich abgefilmt. Ich möchte mit dir einmal ein bisschen über die Psychologie eines Marktzyklus ganz kurz nochmal sprechen, weil ich möchte dich auch nicht zu sehr überfordern. Ja, wichtig ist einfach nur, dass wir beim Bitcoin vielleicht auch hier in diesem Segment hier irgendwo sind. Ja, also das ist hier ein ganz wichtiger Sektor, weil wir haben das hier ganz gut prediktet. Wir sind wirklich, wir haben monster krasse Einstiege und Ausstiege. Das ist Wahnsinn. Und du kannst davon auch jederzeit profitieren, wenn du es verstanden hast, wie es funktioniert. Ja, es gibt nämlich Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel hier über 10% natürlich mitgenommen habe. Ich habe eben hier unten auch realisiert bei 6%. Ich bin hier unten reingegangen, bin jetzt hier oben rausgegangen aufgrund einer Unstimmigkeit einfach im Markt. Das ist relativ simpel zu sagen. Und jetzt sind wir gerade hier am nächsten High. Das ist halt nochmal ganz wichtig. Und ich bin hier ziemlich sicher, dass wir dieses High berechen werden und weiter den Aufwärtstrend fortsetzen. Ich habe dasselbe eben hier, als ich das Video gemacht habe, auch schon gesagt. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Sektor. Was ist jetzt aber hier auch einmal relevant für dich? Ich muss es hier mal kurz noch schieben. Warum geht überhaupt Bitcoin rauf? Nach den Binance News, jetzt gerade vor, also gestern halt auch, nachdem wir das Video gemacht haben, auch eher ein bisschen Shitstorm kassiert hat. Alle da draußen natürlich sagen, oh mein Gott, Bitcoin geht runter. Lass dich nicht verunsichern von irgendwelchen Krypto-YouTube-Influencern. Ich distanziere mich komplett davon, weil ich dir auch gar keine Einstiege und Ausstiege auch gebe. Sondern ich möchte, dass du es selber verstehst und lernst, wie man Märkte analysiert. Das ist wichtig, weil dann brauchst du auch keine Analysen oder Sonstiges. Ich kann dir nur zeigen, was transparent zum Beispiel bei uns möglich ist. Ja, du siehst hier, wir haben jetzt gerade 22 Uhr, wo ich dieses Video abfilme. Ich habe hier um 20.47 Uhr einmal auch hier meine Gewinne auch nochmal kurz gepostet. Ja, ich habe das letztendlich extra so gemacht, dass du jetzt keine Teilnehmer oder so siehst. Aber du siehst auch andere, ne? Ja, der andere schreibt auch, weil der Flo mal wieder, ja, das ist ganz normal. So einfach die Märkte einfach rausrasieren, egal ob es rauf oder runter geht. Du kannst von allen Marktbewegungen profitieren. Ja, selbst die Schüler machen hier mega Ergebnisse. Hier jetzt auch gerade vor, während ich dieses Video mache, ja, hier direkt der Heiko auch nochmal. Mein erster erfolgreicher Trade, DMT. Ja, ist neu dabei. Ja, macht jetzt die DMT-Strategie von uns, mega genial. Von meinem Team natürlich, das ist mega, mega geil. Und hier kann man einfach gemeinsam Erfolge auch feiern. Der Tim im Forex-Markt unterwegs. Hier die Mariam, boah, auch mega geil. Freut mich einfach mega. Aber es soll jetzt nicht weiter um unsere Schüler gehen. Es soll auch um dich gehen, dass du weißt, okay, was für Zyklen sind hier relevant. Weil wir haben auch hier diesen Short auch mitgenommen. Ein bisschen verspätet mitgenommen, muss ich aber wohl sagen. Ich habe jetzt hier keine 10 Prozent mitgenommen. Ich habe jetzt hier nur diese nur 7 Prozent knapp mitgenommen. Auch hier schon eher Gewinne realisiert. Aber super gute 6 Prozent mal mit einem 10er Hebel geht das nochmal viel, viel, viel schneller. Das ist relevant. Wenn du jetzt selber nochmal eine Kryptobörse suchst. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie BitGate funktioniert oder auch Max funktioniert. Das sind super gute Future-Börsen, die einfach in der Top 10 einfach auch vertreten sind. Was sehr, sehr wichtig ist. Was ist jetzt aber wichtig? Wichtig ist zu verstehen, dass wir hier einmal ja unser FTX-Crash hatten. Ja, also wenn ich das jetzt hier nochmal ein bisschen kleiner ziehe und weiter nach rechts gehe, ist das hier einmal eine sehr relevante Rolle. Das heißt, hier an diesem Level ist ja der FTX-Crash passiert. Ja, den haben wir ganz normal getestet. Hier war nochmal eine Take-Profit-Range. Aber das haben wir gut abgearbeitet. Jetzt sind wir nochmal an einer wichtigen Zone. Aber ja, was einfach relevant ist. Warum dachte ich auch hier bei der, also ich habe ja unten auch schon einen krassen Einstieg und habe jetzt auch schon hier Gewinne oben hier schon mitgenommen. Also ich bin auch schon hier reingegangen. Wenn du meine YouTube-Videos hier einmal verfolgst, dann weißt du das auch. Dann weißt du auch, dass ich hier schon Teilgewinne mitgenommen habe, was auch gut war. Jetzt haben wir hier diesen Retest gemacht und es geht weiter rauf. Wichtig ist einfach für dich, dass hier, das hier ist die relevante Zone. Und ich kann genau das jetzt gerade auch hier teilen für alle da draußen, weil hier keine großen Wale mir, also nicht viele. Ja, es gibt den einen oder anderen, der mir doch in der Tat folgt. Ja, aber das hier ist eine relevante Zone. Das ist wirklich die Kern. Das ist das Key-Level. Warum ist das das Key-Level? Weil Menschen oder auch Trader, die hier in diesen Levels hier gekauft haben, genau hier überall, spielt überall keine Rolle. Die haben hier ihre Orders drin, ihre Stop-Orders oder ihre weitere Entry-Orders. Und das ist relevant. Die Wale müssen die kleinen Fische fressen. Das funktioniert in der Liquiditätsverschiebung. Ich möchte jetzt nicht zu deep darauf reingehen. Ja, wir haben auch selber einen Kurs dafür entwickelt, wie Banken sich verhalten. Und Wale müssen sich genau ähnlich verhalten. Ja, Wale sind einfach nur Großinvestoren, große Bitcoin-Investoren, die genau darauf warten. Wale müssen hier diese Liquidität fressen, damit sie überhaupt auch abverkaufen können. Es muss hochgehen. Die müssen das auffressen, natürlich diese Liquidität, diese Orders, die da hängen, damit die Leute hier ihr Kapital natürlich verlieren, die in den Short drin sind. Und diese Wale fressen einfach diese Liquidität, damit sie da natürlich halt auch abverkaufen können oder auch kaufen können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit es überhaupt funktioniert. Weil es ist immer eine Form von Angebot und Nachfrage. Und Großinvestoren möchten ja auch günstig kaufen. Ja, auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt sehr, sehr relevant. Und deswegen soll das Ganze auch nach hier oben gehen, ja. Bis zur 30k, das habe ich ja damals schon gesagt. Und hier habe ich nochmal kurz einen anderen Bitcoin-Chart einmal drin. Da haben wir das ja auch schon predicted, dass wir hier einmal runtergehen sollten. Das siehst du auch in der letzten Marktprognose, die ich mal gemacht habe. Und das Ganze verschiebt sich auch hier so manchmal ein bisschen. Das heißt, das hier müsste jetzt nach hier oben. Aber vom Muster ist es immer wieder gleich. Was Mustererkennung ist, bin ich einfach, da kann mir keiner was vormachen. Wirklich, egal, aber auch wo. Es geht noch nicht mal um Trading. Es geht eigentlich in allen Lebensbereichen. Mustererkennung bin ich einfach geisteskrank. Aber Eigenlob stinkt natürlich halt auch. Und da möchte ich jetzt gar nicht so tief weiter drauf eingehen. Ich möchte dir natürlich nochmal das eine oder andere auch nochmal ganz kurz auch zeigen. Wichtigerweise auch nochmal andere Indikatoren unter die Lupe nehmen. Beispielsweise auch die Bitcoin-Dominanz. Da gehe ich auch nicht so tief drauf ein. Aber wo ist jetzt das Ziel bei Bitcoin? Keiner, keiner da draußen kann dir sagen, wohin es geht. Du musst einfach das gesamte Marktsentiment unter die Lupe nehmen. Das heißt also, du musst die Bitcoin-Dominanz auch kontrollieren. Du musst den US-Dollar kontrollieren. Du musst auch das totale Kryptovolumen kontrollieren und erkennen, in welchem Muster das auch geht. Das heißt also, für mich ist ein Ziel natürlich auch in der Dominanz hier oben. Und das wird eher relevant. Wo stehen wir dann beim Bitcoin? Das ist nochmal ganz, ganz, ganz entscheidend. Natürlich, was macht der US-Dollar-Index? Da haben wir auch in der letzten Marktprognose prediktet, dass wir genau ab dieser Stelle hier, du siehst es hier selber, das ist eine Unstimmigkeit, dass wir dann raufgehen werden. Hier unten war auch noch ein wichtiges Level, aber das war nicht ganz so relevant. Aber wenn dieser US-Dollar-Index raufgeht, dann sollte Bitcoin runtergehen. Aber das macht er nicht. Bitcoin geht auch rauf. Das ist super, super, super Bullish für diesen Zyklus. Was macht der S&P? Der Großindex-Fonds, sagen wir es jetzt einfach mal ganz kurz und knackig, geht auch rauf oder hält sich. Euro, US-Dollar. Okay, ist ein bisschen runtergegangen. Spielt auch nicht so eine große Rolle. Dann einmal das gesamte Kryptovolumen, was auch nochmal eine große Rolle spielt. Sind wir auch genau an den Levels, was wir wollen. Und hier ist auch dasselbe Szenario, dass es ab hier oben eigentlich auch runtergehen sollte. Wenn du das Ganze jetzt absolut nicht verstehst, dich checkst, für mich ist es komplett einfach. Für meine Schüler ist es komplett auch einfach. Das hast du eben auch selber gesehen, dass sie halt auch hier einfach geile Gewinne auch machen. Hätte jetzt nochmal sein können, dass noch andere auch hier noch mehr Gewinne machen. Das ist brutal. Hier, wenn ich auch gerade weiter rechts Tasks weiter runter scrolle, das siehst du jetzt gerade gar nicht. Aber ich kann es mal ganz kurz einblenden. Und jetzt blende ich dir mal hier die Leiste auch ein. Und du siehst einfach auch in unseren Altcoin-Strategien, was hier für Prozente nur gerade schon wieder möglich sind. Ich habe dir ja schon mal ein Video gemacht mit auch LCX, der über 200% gemacht hat. Der halt auch hier zum Beispiel bei uns im Portfolio ist, wo ich auch schon Gewinne realisiert habe. Das habe ich ja auch öffentlich in einem Video auch gezeigt. Ich habe hier rausrealisiert. Danach sind wir direkt runtergegangen, nachdem ich rausrealisiert habe. Jetzt gehen wir schon wieder rauf. Ähnlich auch bei den anderen Kryptos. LCX alleine jetzt 6,6%. Jetzt hier die anderen Coins wirst du jetzt nicht sehen. Das ist nur zugänglich für unsere Schüler. Auch hier andere Coins, was du jetzt auch mal hier mal kurz so siehst. Die sind halt wirklich krass. Quant, es sind auch keine anonymen Coins. Das sind jetzt nochmal ein paar Insights natürlich, die du jetzt mal ganz kurz auch siehst. Die anderen Coins zeige ich dir jetzt nicht. Ich möchte dir nur die Renditen auch zeigen, die bei uns in unseren Portfolios auch laufen kontinuierlich, was geisteskrank ist, was wir auch immer komplett unter Kontrolle haben. Das ist jetzt wichtig. Und genau diese Marktmuster kannst du hier handeln. Unstimmigkeiten am Markt, Dinge, die du hier einzeichnen kannst von Strukturbrüchen, kleine Marktverständnisse. Wie ist das Volumen wirklich im Background? Und dann kannst du hier einfach super gute Trades auch planen. Du siehst hier, das ist mein langer Long Swing Trade. Du siehst hier nochmal ein paar kleinere Trades, die ich geplant habe. Das ist immer wichtig. Wie ist das Marktsentiment im Background? Deswegen, dir bringt es jetzt nichts, wenn du das hier einfach abkopierst. Ja, du musst dahinter die Strategie verstehen. Es gibt auch super viele Leute, die immer meine Sachen auch kopieren. Ich bin zwar ein bisschen kleiner hier, aber das spielt gar keine Rolle. Das stört mich 0,0. Wenn hier einfach nur der eine oder andere sich dazu entscheidet, von dem Besten der Besten auch zu lernen. Und das kann ich wirklich mit Abstand sagen. Ja, wir sind TÜV-zertifiziert. Wir sind in Deutschland. Wir haben über 20 Mitarbeiter mittlerweile. Ja, jetzt am Wochenende ist schon wieder ein Seminar für unsere Schüler. Da kannst du mir natürlich auch gerne auch bei Instagram folgen, was auch nochmal eine große Rolle spielt. Aber wir sind absolute Marktführer. Wir werden auch Marktführer bleiben, was dieses Segment anbetrifft, zum Thema Trading und Kryptowährungen verstehen. Und wie du damit nachhaltig Geld verdienst. Wichtig dabei, das Ganze funktioniert ja auch mit Fremdkapital. Ja, dazu habe ich auch schon mal einige Videos auch gemacht, die eine große Rolle auch spielen. Was ist jetzt natürlich für dich zu tun? Du musst einfach verstehen, wie man technische Analyse wirklich anwendet. Das sind super viele Muster, die ich komplett entkräftet habe, dass es nicht kompliziert ist. Du musst nichts studiert haben, gar nichts. Du musst einfach nur verstehen, Muster zu erkennen, die Indikatoren zu lesen, was sehr einfach ist, was super schnell geht. Innerhalb von vier Wochen schaffen das die meisten schon. Wenn du auch ein bisschen langsamer bist, ist das auch nicht schlimm. Du bestimmst dein Tempo. Das ist ganz wichtig. Und genau deswegen sind wir auch Deutschlands, beziehungsweise im Dachraum, das größte Bildungsinstitut für Blockchain-Technologie. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann buch dir doch mal ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video. Ja, dann finden wir in den nächsten Stunden oder Tagen auch heraus, wo wir am besten und schnellsten optimal weiterhelfen können. Und dann habe ich natürlich noch eine weitere Möglichkeit auch für dich. Nämlich du kannst auch zusätzlich auch nochmal in unsere kostenlose Telegram-Gruppe kommen. Ja, da teilen wir auch natürlich jederzeit unsere aktuellsten News. Ja, findest du auch unter diesem Video. Da habe ich einmal eine Linkseite, wo du dann einmal auch in die Telegram-Gruppe auch kommen kannst. Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Und da kannst du hier sogar auch unser neuestes Copy-Trading-Produkt auch einmal sichern. Wie du halt natürlich von automatisierten Investments auch profitieren kannst. Was aber wichtig ist, das hat jetzt nichts mit dem Premium-Mentoring zu tun. Das ist komplett automatisiert. Du musst hier gar nichts mehr machen. Ja, ich zeige dir hier mal ganz kurz einen Insight. Ja, ich habe jetzt ja auch hier über 25.000 Dollar Profit gemacht in nicht mal mehr zwei Monaten. Was auch nochmal eine ganz große Rolle auch spielt. Du kannst hier schon ab 500 Dollar mitmachen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, du siehst hier, was hier meine Gewinne sind. Wenn du da Bock drauf hast, dann starte einfach durch und let's go einfach. Wenn du es aber selber lernen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann trage dich mal für ein kostenloses Erstgespräch ein, damit wir dir am optimalsten helfen können. Ja, und hier siehst du gerade, dass Bitcoin auch weiter am Pumpen ist, was mega genial ist. Freut mich auch mega. Ich würde sagen, du weißt jetzt, was zu tun ist. Du hast die Möglichkeiten gesehen, die du jetzt für dich auch ergreifen kannst. Ja, ich wusste ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Viel Spaß hier. Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Und ja, folg mir unbedingt auf jeden Fall auch auf Instagram. Dann siehst du jetzt am kommenden Wochenende einmal das Event natürlich auch von uns. Ja, da zeigen wir auch nochmal ein bisschen transparent, ein bisschen Einblick. Und das wird auf jeden Fall mega smart werden. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Und vielleicht sehe ich dich zum nächsten Insider Day bei uns hier vor Ort in Koblenz. So viel dazu. Mach's gut. Ciao, ciao. Dein Flo.